Musik 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 Erstmal ist es eigentlich Voodoo, es sind nicht Puppen mit Nadeln und Zombies, das ist eine Erfindung von Hollywood, das ist alles Quatsch. Voodoo ist ein sehr alter afrikanischer Glauben, mehrere tausend Jahre alt, man kann sagen Religion fing so an. Das Wort Voodoo bedeutet einfach nur Gott. Wenn sie krank sind, dann gehen sie zu dem Gott Zagbata, der Pockengott. Zagbata ist Lieblingsopfer Schnaps, sympathisch. Musik 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 Ich habe für sehr viele andere Museen Ausstellungen gemacht und ich wollte es einfach mal nur netter machen für die Kuratoren, die hier vorbeikamen. Und ja, da kam dann die Lokalpresse, hat er von Wind bekommen. Dann hatte ich mich entschieden, dass ich das dann für die Öffentlichkeit freigebe. Der Altar ist ein Mamiwata-Altar. Mamiwata ist Pigeon-Englisch für Mutter des Wassers. Ich lasse jetzt Afrikaner aus diesem Kulturbereich, die bei uns leben, lasse ich auch diesen Altar benutzen. Ein Student aus Benin, der hat hier in Essen ein Stipendium, aber kein Taschengeld. Und er kommt jeden Samstag hierher und zieht seine Lottozahlen. Da hat er eine Kalabasse, die ist gefüllt mit vielen Kaui-Schnecken. Da sind Zahlen drauf. Er bringt ein kleines Opfer, was er sich gerade leisten kann. Es kann eine Flasche Fanta sein, es kann eine Zigarette sein, egal was. Er zieht seine Zahlen, füllt seinen Lottoschein aus und lässt den Schein dann eine Woche hier auf den Altar. Und er gewinnt fast jede Woche zwischen 30 und 50 Euro.